Willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Ich sehe, Barbara, du hast eine feine Schöcke mitgebracht. Ja, es passiert uns doch allen zwischendurch, dass wir so eine undefinierbare, schlechte Laune haben. Ist dir das auch schon mal passiert? Ja, ja, eindeutig. Hast du dir diesen Tipp? Ja, macht euch in so einem Fall bewusst. Für was dir von Herzen dankbar sein kann. Ich möchte dir nämlich schon lange mal Merci sagen. Ah, danke vielmals. Das ist jetzt ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleiben gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.